So liebe Leute und damit wieder ganz herzlich willkommen hier in Forza Horizon 4 zum ganz besonderen Event, das wir, die PXH Ghosts, euch präsentieren dürfen. Denn ihr seht hier eine Rennstrecke, die gibt es nur auf der Lego-Map, ja, aber ihr seht hier auch ganz besondere Autos stehen. Nämlich die Originalautos, nicht ganz, aber fast vom Duell Lemo 66, das wir heute so ein bisschen feiern wollen, uns daran erinnern wollen und so ein bisschen, ja, in Gedenken daran ein paar Sachen fahren wollen, weil es einfach das so mitunter legendärste Duell der Motorsport-Geschichte ist, sehen ja viele so. Und heute mit am Start nur 24 Stunden Racer, Beta-Effekt, Flowing Games, Aaron, Alpine Gecko, Lettny, Leucodias, Mr. XT, Connor, Luca und der liebe Spadboy. Schön, dass ihr alle da seid. Hallo. 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 Ja, wir haben probiert, das Ganze so ein bisschen nachzubauen mit einer Einführungsveranstaltung, wo wir mit den originalen Autos, in Anführungsstrichen, das Ganze jetzt mal fahren auf dem, was einer wirklichen Rennstrecke in Forza am nächsten kommt, nämlich hier in Lego Speed Champions. Da gibt es ja immerhin diesen Speedway, der doch wie eine Rennstrecke ja so ein bisschen aufgebaut ist. Und wir haben es natürlich probiert mit dem Ford GT40 MK2, der damals eben auch so gefahren ist. Den Ferrari 330 P3 gibt es im Spiel leider nicht, aber den P4 gibt es. Das ist nah genug dran und die beiden konkurrieren auch ziemlich gut auf einem Level. Und dementsprechend gibt es jetzt so ein paar kleine Einführungsrunden hier auf der Strecke im Lego Valley. Viel Spaß. So, damit sind wir jetzt auch schon hier in der Veranstaltung auf dem Rundkurs aufgestellt mit unseren Partnern so ein bisschen und werden jetzt hier ein paar Runden fahren mit den alten Kisten. Und ich würde sagen, ich gebe uns hier dreimal den Schnelljet. Was machen wir denn gut gefahren? Und sobald der letzte Schnelljet verschwunden ist, dürfen wir auch schon losfahren. Und dann heißt es hier, battle um den Sieg. Ferrari oder Ford. Einfach noch einen Rückwärtsgang, ey. Schwierig? Ringe sehr gut an. Ja, und wenn ihr hier Strecken seht, wo ihr findet, hey, die sehen ja cool aus, die würde ich auch mal gerne fahren, die werden alle in der Videobeschreibung verlinkt sein. Das könnt ihr draufdrücken, zumindest von meiner Sicht. Ich denke, bei meinen Mitaufnehmenden auch. Mach ich auch mal. Reinschauen. Maxi, du hast ja so viel Power. Aber das tut weh. Aaron, da ging es links, ne? Das war zu schnell. Bin ich doch. Nee. Also ich habe den Punkt noch bekommen. Ich habe das Gefühl, die Ford GTs schieben so ein bisschen mehr raus, teilweise in den Kurven. Haben dafür aber auch mehr Leistung. Aber gerade hier vorne ist es wirklich Neck on Neck. Wir waren jetzt so viert, eigentlich alle auf einem Haufen. Und schenken uns nicht viel. Und bei der Kurve hier haben die Ford GTs so ein bisschen Probleme, wobei das Alpin auch auf dem Schotter liegt es vielleicht nicht nur an den Ford. Im Oval kommt dann die Fords wieder. Wir haben wirklich mehr Power. Und Exit fährt ganz vorne weg. Aber wir müssen zugeben, ich kenne die Strecke ja schon ein bisschen. Genau. Die Strecke, die Strecke, alle eingefahren und getestet. Verbrochen haben das Ganze, wir von den PXR Ghosts, Strecken erstellt, hat Mr. Exi, Beta-Effekt und ich. Und dementsprechend kennen wir die vielleicht schon einen Ticken besser, weil wir die eben eingefahren sind, getestet haben, wenn sie vorbereitet haben. Aber ich hoffe, das funktioniert trotzdem gut für alle Beteiligten. Ich muss mir das abgewöhnen, den Dritten runterzuschalten. Der hängt dann sofort im Begrenzer. Schaltest du in den Dritten runter. Was hast du für ein Gesiebe? Wirklich. Fünf Gange, aber ich kann nur vier davon benutzen in der Strecke. Ich fahre aufsächlich im Ersten auf dieser Strecke. Was? Der geht im Ford GT aber halt auch bis 140. Ja gut. Da gehe ich in den Dritten. Ja, okay, bei 160 in den Dritten. Ja, Ford GT 145. Der Erste. Wow. Wo wir jetzt einen Drift nehmen. Nicht ganz optimal. Oh Gott, die Dichte. Ah, Ron? Dann können wir vielleicht schon bekündigen. Ja, ich habe die Liga von Doris nachgefahren. War nicht so gut. Wir werden jetzt diese Veranstaltung hier auf der Lego Map mit diesen alten Autos fahren. Das Ganze wird aber und werden wir noch bis ein bisschen weiter treiben. Wir gehen gleich auf die Hauptmap. Kriegen dann nochmal zwei Fahrer mit dazu. Nämlich den lieben Lettny und den Connor. Und dann werden wir mit doppelter Pilotierung einmal diese alten Autos fahren. Also zweimal der Ford GT 40 aus dem Jahre 1966 gegen den Ferrari 330 P4. Aber eben auch den neueren Ford GT von 2050 gegen den Ferrari Challenge Stradale. Und den Ford GT aus dem Jahre 2017 gegen den 458 Speciale. Und eben zu schauen, wie sich dieses Duell eben weiterentwickelt hat. Nicht nur die Rennwagen von damals, die in dem Morgen gefahren sind, sondern auch die neueren Varianten davon mit ihren jeweiligen Duell-Partnern. Und das Ganze wird eben dann ausgewertet, wer die Nase vorn hat. Ihr kriegt dann im Video eine schöne Tabelle zu sehen, wer da wie viel Kunden liegt. Und ich höre gerade nur ein Ford GT. Nee, oh Gott. Ja, bei mir ist es so abnormal laut. Und dann gleich zwei Stück. Und ich habe hier noch Exit-Echte-Kampf. Das ist eine Autolänge. Mehr ist es nicht. Nein. Rüchgehend. Oh, Aaron, Spinalla. Ich wollte es noch mal spannend machen. Ich wollte es noch mal schauen, ob du so gut bist oder ich so gut. Ja. Wieso habe ich hier den zweiten geschaltet? Das war der größte Fehler meines Lebens. Oh, ich bin zu weit rausgekommen. Meist mir nicht die ganzen Legos vor das Auto. Doch, doch, Falk. Aua. 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 Power. Power. Oh nein. Immerhin habe ich Peter wieder einen holen können. Fehler wurden begangen. Autsch. Alpo, bist du auf einmal hin? Ich bin hinter dir. Ich habe die letzte Kurve nicht ganz so geil gekriegt. Ich habe fast ausgewünscht. Und da habe ich einen guten Vorsprung und kann vielleicht zumindest den ersten Platz für Ford einfahren. Aber ich glaube, eventuell, ich darf es nicht hier zu arg verschreien. Und was zwei und drei Kilo jetzt im Moment auf jeden Fall auch noch Ferraris. Bin ich mal gespannt, wie dieses Duell von damals aussieht und ob Ford wie im echten Leben den Ruf erhalten kann, Ferrari besiegt zu haben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Nein. Ihr seid schon drin? Okay. Ah, gut. Da hat die Rufzeit geläuft. Oh Gott. Nach den zwei Fehlern in der ersten Runde habe ich eigentlich gut abgeliefert. Das ist echt eng. Wie geht denn das aus? Ich kann es gerade noch gar nicht abschätzen. Ja, das hier. Warum habe ich eine bessere Zeit als Falk? Äh, du. Drift in this. Drift in this. Ja, du. Ich bin auch viel quer gefahren. Ja, mich hat es auch gewundert, dass ich am Zweerplatz bin. Ja, gut, dann haben wir diese Veranstaltung hinterher gebracht. Die Auswertung, wer hier vorne lag, würde ich sagen, zeigen wir euch nach einem kurzen Cut zusammen mit der Vorstellung der Duelle für die Rennen auf der Hauptmap mit den neueren Autos. Bis gleich. So, und jetzt haben wir das Ganze mal ausgewertet. Es ist echt so brutal knapp, das hätte ich selber nicht gedacht. Ja, wir haben es ausgewertet in folgendem Maße. Erster Platz 10 Punkte, letzter Platz 1 Punkte, da wir ja 10 Fahrer hatten. Und dabei ist das Ergebnis tatsächlich 28 zu 27. Also ein Punkt Unterschied. Und ich denke, das zeigt schon ganz gut, wie knapp dieses Duell wirklich ist. Und tatsächlich hat Ford gewonnen, wie damals in Limon auch. Jetzt würde ich aber gerne hier auf die Duelle, auf die weiteren Duelle schauen, die wir auch noch fahren. Beginnen nochmal mit dem Duelle, das ihr eben gerade schon gesehen habt. Dem Ford GT40 mit dem Ferrari 330 P4. Das seht ihr hier wunderschön stehen. Das Ganze wird pilotiert. Einmal von Connor gegen nur 24 Stunden Racer im Ferrari. Und Exit fährt auch den Ferrari gegen mich im Ford GT. Wenn wir dann an den Parkplatz weiterschauen, hier im Winter Wonderland. Ja, dann sehen wir den 2005er Ford GT gegen den Ferrari Challenge Stradale. Der war ein bisschen schwächer als der Ford GT. Deswegen hat er tatsächlich eine Gewichtsreduzierung und eine Rennzündung bekommen, dass die beiden auf einem Level spielen. Das Ganze wird gefahren von Leucodias im Ford GT gegen Aaron im Challenge Stradale. Und Beta-Effekt auch wieder im Ford GT gegen Lettny im Ferrari. Außerdem gehen wir noch in die etwas neuere Zeit. 2017 gab es ja auch einen neuen Ford GT. Und eben dazu passend den Ferrari 458 Speciale. Das Ganze gefahren Luca 04B im Ford GT gegen Alpine Gecko. Und Falk ebenfalls im Ford GT gegen Spadboy. Die ganzen sehen wir hier drüben auf dem Parkplatz versammelt. Also eine sehr, sehr coole Duelle, sehr, sehr knappe Duelle. Auch hier kann man noch sagen, der Speciale war auch einen Ticken schwächer als der Ford GT. Deswegen hat er noch eine Gewichtsreduzierung und ein Auspufftuning bekommen. Zusätzlich noch ein Ansaugkrümmer und eine Drosselklappe. Also der hat tatsächlich kleine Upgrades bekommen gegenüber dem Ford GT. Sollte aber trotzdem auf dem gleichen Level ungefähr fahren. Wir haben das ja alles vorher getestet. Und dementsprechend geht es jetzt ab ins erste Rennen auf der Hauptmap mit allen Fahrern. Nämlich einem Rundkurs in den Cotsworlds. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. Und damit starten wir ins erste Rennen. Excel und ich haben uns ein bisschen zurückfallen lassen. Damit die anderen auch eine Chance haben oder dass wir eine Ausrede haben. Mein Spaß hat Forsa einfach so ergeben. Und jetzt hier auf der ersten Strecke natürlich auch wieder eine Custom-Strecke. Schauen wir mal, wer hier welche Duelle hier reißen kann. Wow. Na, Jack Frank verpasst hat. Voll nach rechts. Der Ferrari. Der Ford GT ist super stabil. Der Alter. Ja, Mann. Der neue Ford. Der ist so stabil. Ähm. Hammer. Hier, das Rennen ist eigentlich schon gelaufen für mich, ey. Ja, für die ganzen Topfaktoren. Wer ist dein Duellpartner, der Brems macht? Connor, nein. Oh. Alpin? Alpin? Nee, ein Ferrari aus jeder Generation hat es rausgeschossen. Nein, fein. Aber Connor hat, glaube ich, auch gerade den Baum mitgenommen. Alpin ist Baummeister. Ey, wir haben ja einen Baum mitgenommen und auch zurückspulen müssen davor schon, weil das Auto einfach... Ahnig. Ich weiß nicht, ob das der Controller war oder... Ja, kein Funfakt am Wort, ey. Bei mir auf dem Kanal oder bei uns auf dem Kanal hat man das sogar schon mal gesehen, dieses Duell. So ähnlich. Echt? Ja. Ich bin mal gegen den Ford GT gefahren und jetzt fahre ich ihn. Cool. Aber... Das müsste ich dann sehen noch nicht. Ich hatte den neueren Ferrari. Also es gibt ja noch mal einen neueren da. Sehe ich. Genau. Der ist dann aber... Da wurde der Ford dann mit Rennreifen ausgestattet. Das war dann auch ein spannendes Duell. Ja, okay. Cool. So, ich bin jetzt auch mal gespannt, wie sich die Generationen vergleichen, ne? Boah. Man sieht es ja im Spiel so ein bisschen am Li, welches Auto wahrscheinlich wie stark ist. Auch mal, ob sich das auch so widerspiegelt. Ich fahre deine Linie komplett nach. Ja. Ich sehe deine Reifenspuren und genau da sind meine Reifen auch. Ihr fahrt das Top-Duell, ne? Ja, Falk und ich sind beide die Ford im Top-Duell. Also, wir betteln uns hier gerade mehr oder weniger unter die Fords. Ja, Brems macht das. Und da ist Exit durch. Man muss es ja mal klappen. Ich bin stolz auf dich. Falk, haben Sie mal drauf, wie brutal er hier liegt. Ja, der ist echt... Props an das Auto. Verdammt gut. Also tatsächlich auch der alte Ford GT finde ich der Hammer. Und der 2017er auch. Also für die Stufe, auf der er ist, finde ich das ein absolut geniales Auto, wie es sich stockfern und fahren lässt. Da rutscht nix, da wackelt nix. Ach, so kann man noch ein kleiner Hinweis am Rande. Wir fahren das ganze zwei Runde. Wahr ist, ich sehe es. Wenn nicht, dass irgendjemand hier auf Drift-Ideen kommt, für Ziel an Fahrt. Du meinst, ähm, im Ziel mit der Bodenwelle? Ne, ne, ich mache nicht den Beats mit dem 2015 Ferrari, äh, Formals. Ui, 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 ui. Ich finde den, das ist tatsächlich das einzige Manko an dem neuen Ford, außer an dem 2017er. Da müsst ihr einfach bei Falk oder bei Luca mal an der Sicht vorbeischauen, wenn ihr den hören wollt. Oder ich glaube auch bei Alpine gekommen. Ähm, ich finde den Sound von dem tatsächlich nicht so cool. Ja. Der ist sehr mau. Ja, der ist ja bei V6, ne? Der Hälter V6, mh. Dagegen brüllt dieser alte GT40 natürlich schon ganz anders, ne? Ja, aber auch. Und das ist halt V8 und blankes Rohr. Und Ziel wird er. Ja, aber ist auch schade, weil ein Ford GT, äh, ne, Mustang GT hat ja ein V8 drin, zum Beispiel. Ja. Da hätten sie den ruhig hier auch mit reinbauen können. Ich glaube, die haben sich natürlich im Leichtbau dafür entschieden, nur diesen V6 zu machen. Und ganze Umweltgedanken war es ja auch. Ja. Weil selbst den Ford Mustang gibt's ja, gab's in Amerika mit V6, Sauger, aber auch mit dem 2,3 Liter Vierzylinder Turbo. Ja, mit dem Vierzylinder, ja. Das ist... Oh, EcoBoost. EcoBoost. Das ist schon so ein bisschen knapp. Ja. Öko-Schrott, was? Gibt's nicht sogar den Mustang jetzt als... Nein, gibt's nicht drunken, das ist gar nicht so schlecht. Ja, das gibt nur den Elektro-Bustack, aber der soll auch, äh, der soll dann noch mal in der Haus mitkommen. Nicht mehr lange. Den, den Mustang gibt's ja eher als Elektro-Auto-Witz. Nee, aber jetzt sind sie beide. Aber das ist, das ist aber kein Mustang, das ist eine SUV. Das ist ein Mach-E. Genau. Wo dir der E-Motor verreckt nur Berg aufhörst, aber auch anderes Thema. Stimmt, ja, das war sehr witzig. Ja. Aber den Mustang wolltest du noch mal zu dritt bringen mit dem V8. Und jetzt kommt die Handling-Passage hier. Gleich. Dann würdet ihr auf einmal vorbeiziehen. Ich merk schon, Alpine holt da die ganze Zeit auf. Oh nein, und ich fahr hier die ganze Zeit Fehler rein, hier vorne. Und es wäre cool, wenn ihr nicht nur ich sagt, sondern auch, was ihr genau fahrt. Der Ford-GT 2017 fährt Fehler. Nee, cool. Für Zuschauer, auch wenn ihr selber aufnehmt, sind ja auch noch andere Zuschauer wahrscheinlich. Es ist immer cool zu wissen, was genau da abgeht. Also so kleine Kanten mag der Mustang, genau. Nee, der Ford-GT nicht so wirklich, aber sonst. Du musst immer sagen, welcher Ford-GT? Ja, ich wollte schon sagen, eigentlich könnte man das nennen, Ford-GT, wie den Rest. Ja. Und der GT40 wird jetzt gerade von den beiden Ferraris und den Serpentinen so ein bisschen abgezogen, aber jetzt kommen wieder Geraden. In der Hoffnung, dass ich auf nur 15-Stunden-Racer wieder aufhole. Niemals. Mit meinem leichten Power-Vorteil, der in der Ford-GT hat. Ich würde es interessieren, wie es bei euch ist. 2017er Ford-GT kann Amneside-Ausgang Richtung Goliath komplett die Kurve mit 300 Vollspeed nehmen. Wie schaut es da bei euch aus? Müsst ihr da vom Gas runter oder wie ist da euer Handling? Ja. Ich gehe schon leicht vom Gas runter immer wieder. 360er muss runter. Beim Stattausgang der alte Ferrari. Nein, jetzt hast du die Kurve besser gekriegt. Mit 9 muss, äh, mit, ja, jetzt fange ich auch schon an, mit muss, dann packen. Mit 9 Ford kannst du da komplett auf den Stempel bleiben, mit 300 knapp. Luca, bremst du da vorne? Bestimmt. Sollen wir bremsen? Ne, Zielanfahrt ist Zielanfahrt, da, hier rein. Nein, Falk! Ah, ja, 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 jawohl! Wir haben jetzt Probleme oder wie doch mal. Oh, das ist nochmal knapp zwischen Exit und Nieder. Oh, du Arschloch! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 20 Sekunden bis zur Zielinie und das ist keine Autolänge zwischen uns. Das wird noch spannend. Oh, ich hasse dich dafür, Volker. Ja! Nein, Lois. Exo durch. Acht Sekunden nur. Ja gut, fort. Ist ja egal, ob er erst oder zweiter ist. Drei, zwei, drei. Nein, das reicht. Das habe ich noch verloren. Wie knapp war das denn? Wahnsinn. Man sieht es aber in die beste Runde. Wenn du aufs die erste war. Das war 0,03 glaube ich. Ihr wart ja nebeneinander, mehr oder weniger. Das war sehr wenig, was dazwischen uns war. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir hier einen kurzen Cut und blicken dann zusammen auf die Tabelle, wie es denn aussieht. Und damit der Blick auf die Tabelle und mit einem sehr, sehr interessanten Ergebnis fortblickt vorne, aber tatsächlich die beiden Autos, die im Einführungsrennen ganz knapp gewonnen haben. Oder das Duell wurde diesmal eindeutig für den Ferrari entschieden. Alle anderen Duelle hat tatsächlich der Ford gewonnen. Und damit haben auch alle Autos quasi gleich gewonnen. Also der Ford GT 2017 hat immer gewonnen. Der 2005er GT hat gewonnen. Und der alte GT40 hat verloren tatsächlich. Vielleicht lag es an der Strecke. Vielleicht an anderen Bedingungen. Oder auch an den Fahrern. Wir wissen es nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die weiteren Rennen noch bringen werden. Und würde sagen, hüpfen wir direkt ins nächste. Nämlich einem Rundkuss rund um Broadway, den der liebe Beta-Effekt erstellt hat. Und damit herzlich willkommen hier in der zweiten Disziplin, in der dritten Veranstaltung hier in Broadway. Und das Ganze vielleicht so zur Info wird es eher so die Handlingstrecke von dem Ganzen sein. Also hier geht es am engsten zu. Und bin ich mal gespannt, wer da jetzt die Nase vorn hat. Meine Vermutung ist ja tatsächlich die Ferraris. Weil sich ja schon ein bisschen abgezeichnet hat, dass die eher Handling-lastig sind. Was kommt da aus dem Busch wieder? Jage! Oh mein Gott! Ganz, ganz viele Fahrer, die so schnell waren. Ich habe es schon wieder vergessen. Sind euch alle Fortsetz flau? Ich glaube fast. Oh Maxi? Oh Maxi? Nein, einer ist rot. Beta, wo geht es da vorne? Rechts? Rechts, links. Okay, gut. Oh, okay. Bordsteine mag aber nicht, der Bordsteine. Der hebt dann so ein bisschen ab. Ich gucke es erst gar nicht. Oh, hier geht es rechts. Oh Maxi? Ja, der Bordstein ist fies für alle Leistungsklassen. Außer für Offroader. Oh Mann! Oh Mann! Der hat nie randaliert leicht. Hier an der Kreuzung geht es links. Echt jetzt? Oh Gott! Ja, Richtung Festival. Oh Mann! Genau, man kann dazu sagen, für die meisten Phasen, die strecken jetzt wirklich blind gefahren das erste Mal. Ich denke, die meisten kennen sich zwar auf der Hauptmap aus, aber klar, wenn man nicht weiß, wo es hingehen ist, ist es natürlich noch eine Schwierigkeit, die dazukommt. Ja. Oh, die kann man nicht vollnehmen. Oh, die kann man nicht vollnehmen. Oh, die kann man nicht vollnehmen. Durchkopf-loses Racer-Bordway. Ja, das gebiet auf jeden Fall, ja. Richtig. Alpin! 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 Bulk meint, du älter Partner, nicht deiner. Lass sie durch. Alpin! Maxi, du hast ultimativ beschrieben, dass du dich auf den Jackpot überpasst. Können wir die hier vollnehmen? Ich glaube nicht. Ich brems mal. Ne. Mit vorne, ich bin im Parallelsflug der GT40. Mit der Jagd wird nur 24 Stunden Racer. Oho, Alpin! Kleiner Clash, der? Ach, Mann! Was hast du für Power? Hallo? Tatsächlich muss ich... Oh nein. Verlegung? Darfst du zuerst? Tatsächlich muss ich sagen, dass der Ford GT40, der alte, dass der tatsächlich sehr stark über die Vorderachse schiebt. Und dadurch auch wahrscheinlich den Reifen zusammen hier auf dieser engen Strecke nicht so ganz einfach zu beherrschen ist. Wahrscheinlich. Weil du gerade einen Baum hängst. Ja, ja, genau. Ich habe gerade du auch nur aus gesehen. Ich glaube, Falk kann es bestätigen. Die ganz kurzen Kurven oder ganz enge Kurven. Der neue Ford geht hier jetzt auch nicht so. Vor allem Bordsteine nicht, aber ansonsten ist der vom Handling echt sehr brutal. Ja. Alpinu geht sehr viel quer. Was ist da los? Ja, die Bordsteine, ne? Die Power hat der kurzfristig. Da wollte ich eben, als Connor, als wir gleichzeitig gesprochen haben, sagen, im alten Ferrari, dem musst du schon fast ein bisschen rutschiger fahren. Fast ein bisschen slidiger, weil untersteuern hat er nicht, aber nach dem Motto, wenn du versuchst, den sauber zu fahren und verlierst, verschenkst du wirklich Zeit. Nachricht an den Teamkollegen mit dem alten GT40, äh, gibt man ein bisschen Gas hier. Kann ja nicht sein. Ja, ja, ich probier's schon, äh. Du brauchst die Gas geben, jetzt die Gas der Indus. Ja, das geht, ja. Ohhhh. Ich hätte einen Checkpoint verpasst. In. Jetzt kommt Alpin ran. Nee, Alpin rutscht da zu weit raus. Mit meinem Bremspunkt noch manchmal ein bisschen schwer. Ja, natürlich bei Custom strecken auch das Problem, die Bremslinie ist natürlich nicht, äh, also die stimmt nicht wirklich. Und dann noch mit den alten Kisten, die so gefühlt eher ein bisschen weniger Bremsdruck haben, wo man natürlich in Forza wohnheitsmäßig eher ein bisschen mehr fährt, ne. Alpin, das Auto rutscht so viel aus meinem Ausgang, aber du hast trotzdem mehr Power da, wie. Ja. Der echt. Der hat voll viel Grip dann ab einmal. Ja, ich seh's. Da rutscht er und jetzt. Ja, und jetzt plötzlich zack und geradeaus. Kam er mir quer. Aber der zweite Gang ist für innerorts beim alten Ferrari saugeil. Ja, hat Alpin sich verschalten? Ein bisschen sehr unterdrücklich angefahren? Ja. Das ist beim GT40 tatsächlich so ein bisschen schwierig, weil der erste ist zu lang, dass du den fast benutzen musst. Oh, oh, oh. Okay. Der zweite ist, den kannst du fast nicht brauchen, ne. Ja. Der vorher ist halt so der erste, ist halt ein bisschen kürzer als beim Ferrari der zweite. Und entsprechend, wenn ich sag, der zweite ist perfekt, weil ich ihn wirklich bis so einen Millimeter vom Begrenzer ausfahren kann, dann musst du schalten im alten Ford. Und das ist ein großer Vorteil mit den Schaltzeiten. Ich hab's gerade getestet. Der zweite im GT40 geht tatsächlich bis 225, das ist brutal. Ja, der vorne hat schon ein Ford total. Boah. Da bin ich schon im fünften. Wenn man sich auch heutzutage so ein Auto auf der Autobahn vorstellt, im zweiten Gang, bei 225. Ja. Respekt. Er läuft. Er brucht sehr dicke Eier. Wollte auch nochmal hinweisen, beim letzten Well, was wir gefahren sind, dass die alten Klapperkisten so viel fahren. Da ist auch eher die Frage, hat man so viel Mut dazu? Deswegen habe ich so viele, ähm... Ich hab echt vergessen, dass Kollision aus ist. Wollst du dich anlehnen? Ich... Nein, ich bin mit Lettli nebeneinander extra bisschen Abstand gehalten. Wollte auch. Oh, er ist gekostet. Scheiße Kollision aus. Oha. Nein, 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 nein. GG. Ahhhh. Das könnte nochmal knapp werden, Happy. Da ging's in den Baum. Das könnte nochmal knapp werden. Das könnte nochmal knapp werden. Das könnte nochmal knapp werden. Das könnte aber wirklich nochmal knapp werden. Weil wenn ich jetzt hier auf der geradenlichen Fehler mache... Ich hab mich an die Strecke noch nicht gewöhnt. Das ist schwierig. Ich lass mal nachher noch gleich ne neue, weitere neue haben. Ja. Komm, vor Betaventur. Warte, wo ist ein Falk? Nein. 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 Das ist mein Boy. Wär's doch ein bisschen länger gewesen. Oh. Ich find's auch. Ehrlich gesagt ein bisschen komisch, diese Strecken blind zu fahren. Das bin ich überhaupt nicht gewöhnt. Ja, es ist auf jeden Fall ne Schwierigkeit. Aber im Prinzip sind alle ja mit dieser Schwierigkeit konzentriert. Bis auf Exzene ich. Und wir beide sind ja Dual Partner genau aus dem Grund. Weil wir eben beide die Strecken schon kennen. Ja, ich hab gestern noch die Strecke mit der Mercedes gemacht. Praxis Fahrschule bin ich gefahren. Ist doch nicht genau die gleiche. Ja, aber... Hat nur gleiche Abschnitte. Ja. Wobei, die kennt Beta auch. Maxi. Ja, die hier kannte Beta jetzt auch. Ja, dafür hab ich mit Absicht zwei Checkpoints verpasst. Und... Ach, du hast... Ich bin in den Baum gefahren. Genau wie Beta. Der hat Checkpoints verpasst. Ich hab einen Baum erwischt. Und dann... In der ersten Kurve in Broadway bin ich zu schnell gewesen. Dann ist er vorbeigekommen. Okay. Also ich glaub, in diesem Rennen waren jetzt schon ein bisschen mehr Fahrfehler auch teilweise dabei. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es bei dem Blick auf den Gesamtstand jetzt ausschaut. Bis gleich. Und damit sehen wir einen Ausbau der Führung für Ford. 8 zu 4 steht das Ganze. Wir gucken mal kurz rein. Nur 25 Stunden besser kann das zweite Rennen für sich entscheiden. Bei Exilomir gab's natürlich den Ausgleich. Aaron und Leucodias auch im Ausgleich. Aber Beta-Effekt. Luca und Falk. gerade die beiden neuen Ford GTs in ganz klarer Führung hier vor den Ferraris. Und damit zieht Ford weiter weg. Wir haben aber noch zwei weitere Veranstaltungen. Da können die Ferraris noch aufholen. Wer weiß. Denn nächste Strecke wird anders als gerade eben nicht um Handling, sondern um Power gehen. Da wird es eine größere Gerade drin haben. Wir sehen uns dann gleich auf der Strecke. Und im englischen Nebel geht's auf die dritte Strecke. Ich habe sie ja gerade eben schon als Powerstrecke angeteasert. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier die Top-Duelle gerade fahren. Die werden jetzt hier wahrscheinlich richtig die Power spielen lassen können. Aber auch die alten sind ja nicht langsam unterwegs eigentlich. Ich glaube hier ist nichts unterwegs, was unter 300 fährt. Ja, festgestellt haben wir schon folgend. Der GD-40 fährt auch im zweiten über 200, also. Im dritten gehen dann 300. Und im fünften 500. Genau. Nee, ich glaube deswegen hat er nur vier Gänge oder wie war das? Nee, der hat 50. Oder? Nee. Wunderbar, magst du nicht mal hochschalten und nachschauen? Nee. Was? Ja. Wie viel? Ich bin bei 92. Bei 340. Bei 340. Aber der alte wäre eigentlich schneller. Echt? Bei 340? Ja, okay. Ford GT in der neue 345, aber noch ein langweiliger Begrenzer. Ja. Der hat noch ein guter Raum. Das ist ja. Das war ein ordentlicher Quersteher. Ei, 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 ei. Wenn ich die Kurve etwas bräuchte, dann kommen sie auch ins Exit. Naja, dann kommen sie besser als ich. Die alten Forts haben so einen Kreisel bei dem Platz gemacht. Alpinen machen Fehler. Ich will wieder mitfahren. Achtung, da vorne könnt ihr tatsächlich auf dem Gehsteig rechts am Checkpoint vorbeifahren. Da nicht weit raus tragen lassen. Äh. Du sagst es noch. Du sagst es noch. Du. Hast du ihn? Nein, ich hab ihn nicht. Von den Spitzenduellen sind gerade alle links in die Watt geflogen. Ich hab das Gefühl, der Ferrari hat, auch wenn der Ford mehr Power hat, einen krasseren Topspeed. Gleich. 300 ein bisschen. Ja, 340 im Begrenzer, ne? Nee. Ja, 320 beim Ford. Ja. Natürlich. Hier bin ich gut durch die Kurve durchgekommen und ich werde jetzt euch beide wahrscheinlich gleich überholen. Der neue Ford 346 Schleicher her. wenn ich mich vertue. Wir werden die Toptorele gleich abheben vorne. Shoot, shoot. Ohohohoho. Wer hat Red Bull, wer hat.. Minimalast. Ach, du denkst alles auf. Weg springen. Weckspringen. Hui. Hat fliegt viel weiter als erwartet. Ich muss durch. Ach, du scheisse. Die Akku schluss. Aber theoretisch, wenn ihr euch mittig haltet, dann müsst ihr es alle auch ohne Probleme überstehen. Also ich habe eine große Bremse gelobt und ich klebte mich auf der Straße. Also ich bin abgehoben in einem rechten Linkstrall. War schön, dass Bidi vor mir schon die Bauer abgeräumt hat. Der neue Ford ging, Stahlhofen. Ja, ich habe mir gedacht, ich nehme niemanden mit. Also ich muss tatsächlich sagen, jetzt in diesem Rennen hier... Es hat 43,3 ist ein Begrenzer. Jetzt. In diesem Rennen hier geht der alte GT40 ganz gut. Irgendwie, also da fällt das unter Steuern weniger auf. Ja, es geht ja auch nur geradeaus, ey. Eben. Da kann man ganz gut die Power ausspielen, das ist sehr gut. Ich habe schon einen Trip vom 360 in den schnellen Kurven schon total. Brauchst du mal mitten in der Mauer mit. Brauer in der Brücke. Trip, trip. Nee. Ja. Der Pinsita war gut weg. Ja, ich mache viel zu viele Fehler hier vorne. Oh, 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 oh. Ja, drei Kunden, sonst sollte ich sagen, dann nehmen wir ran. Nur 24 Stunden, weil ich sie auch schon auf unsere... ...warten auf Höhe unserer Heckachse. Und jetzt vorbei an mir, weil ich einen kleinen Quersteher hatte. Sagt mal, Foforz, das kann auch mein Gegner sein. Ich glaube, ich habe immer ein Duell mit dem Exit. Ja. Aber fahrraderisch ist das von mir keine Glanzleistung heute. Ey. Also fahrst du beim Top-Duell, der Ford hat besseres Handling. Hat höher als Top-Speed, um 5 kmh circa. Aber beim Hochbeschleunigen ist der Ferrari deutlich schneller. Ja. Ich glaube, der Ferrari könnte auch noch deutlich schneller, wenn er nicht mit dem Geganzer wäre. Ja. Ja, mal, der 360 könnte auch schneller, aber im Kilder ist nicht der Gang. Im Glück gibt es ohne Kontakt auch keinen Windschatten, weil sonst war Connor schon mit sowas von vorbeigeflogen hier wieder. So nah wie der mir hinterher... Erika... Exit, wo bist du eigentlich? Ja, Duell-Partner. Ja. Ich bin mit Letten im Duell weiter. Gleich in Begrenzer wieder. also ich habe bisher noch nie gesehen ja mit neuen fort komme ich auch nicht an die grenze ran aber es wird schon rot ja stimmt aber ganz leicht ja auch nur ganz ganz leicht für dich gerade sein als würde ich so leicht weg ziehen oder auf der grauen oben rum tatsächlich schon ja das ist so minimal irgendwie der aerodynamik oder was weiß ich ich muss tatsächlich an dieser kurve so ein bisschen anbremsen das ist wirklich raus aber ich muss eigentlich nur das gas lupfen aber dieses mal habe ich gebremst weil ich nicht perfekt aus aber tatsächlich ist das von mir fahrerisch auch keine glanzleistung heute also das ist irgendwie komisch glückwunsch an dich alpin unser duel ist entschieden du hast gewonnen ich nehme die Forza kann damit florenz ich bin froh dass du hier mein partner bist mein partner ist aber mein langversagen red ist ich bin kein guter fahrer wenn ich mir das hier angucke ich habe normalerweise gegen nur 24 habe ich dauernd gewonnen jetzt lose ich dauernd das ist eigentlich würde ich sagen ziemlich auf augenhohe wenn wir beide solide fahren haben wir auch vorhin gesehen bei dem also beim letzten rennen alpin da kamst du am ende noch mal gut rein eine schnellere runde zeit hast das war wahrscheinlich sogar die erste runde oder die zweite müsste es bei mir gewesen sein ja ja da wo ich hier begrenzt war da ist das zu nah an mir rangekommen ja bis auf eine knappe sekunde aber dann war es auch wieder weg beim rausbeschleunigen der ferrari der neue echt brutal ja damit haben wir auch die power strecke abgeschlossen ich bin mal sehr gespannt ob das sich im verhältnis vom gesamtstand noch auswirkt das sehen wir gleich so und damit ein blick auf den gesamtstand nach unserem power kurs hier oben in greendale wir sehen tatsächlich dass mal punkte gefallen sind zum beispiel bei pin geko für den 458 speciale gegen luka im ford gt das heißt in diesem neueren duel gab es tatsächlich dann doch noch ein punkt für den ferrari und connor ist schon sich oder hat schon angst ja dass lorenz ihn mit 0 zu 3 bisher ganz übel fertig macht aber auch bei beta effekt und bei falk steht es bisher noch zu null also spannend wie das ganze noch weitergehen wird im gesamtstand 11 zu 7 fort zieht weiter nach vorne aber wenn ferrari wenn großes wenn das letzte wenn mit vielen vielen punkten noch für sich entscheiden würde könnten sie tatsächlich noch den sieg holen wir sind gespannt und schauen ins letzte rennen mit ein bisschen geänderten wetterbedingungen bis gleich ja damit herzlich willkommen hier zur letzten veranstaltung dieses events ihr seht hier ist richtig schlimmer regen angesagt bei dem ganzen deswegen hat das ist noch mal eine richtige belastungsprobe für die fahrer vor allem denn diese alten autos zum beispiel mit mir im duel fahren sich im regen natürlich noch mal ganz anders ich bin sehr gespannt wie das ganze ausgehen wird wir fahren in einer schönen strecke einmal rund um die highlands und ich bin gespannt wie es ausgeht das ist jetzt nicht das finale wir haben kein finale jetzt ist ja nicht kein richtiges duel entsprechend wird es auch keine doppelten punkte geben oder so aber wie ich eben schon gesagt habe habe ich kann theoretisch ich glaube am ende der brücke ist glatteis oder am anfang der brücke gefühlt für ihn gewesen hast du den mauer berührt nein bremst du hier vorne ab nennen ja ja hallo alpin na bitte für die neuen fahrzeuge wenn der alter vorbeikommt ja jetzt vorbeikommende auto heißt ferrari hast du gleich ist das rutschig ja merkst du voll ja ja ich bin froh dass ich den hexbein hat das macht würde ich sagen so einen kleinen unterschied ja ich denke das ist für alle klassen ziemlich anspruchsvoll hier gerade weil die neuen und erneueren autos haben natürlich dann auch mehr leistung dadurch auch mal weniger grip auf der hinterachse wenn es zu leicht auf das geht aber bessere reifen bessere achsgeometrie ja aber aktive aero jemand mit 900 ps aufs gas voll geht geht möglich ah ja alpin glaube ich sagte das anders achtung denkt daran die oberste kurve die ersten sind fast dran die wird dann etwas eng danke dass du sagst du hast du irgendwie duellier ich mich gerade mit dem alten ferrari ich habe zumindest maxi noch im sichtfeld alpin schleicht sich da hinten auch an ich sehe den auch mittlerweile aber meinen federn hast mich gleich sogar achten dieses einmal krieg anker o alpin alpin ja der 360 machte die strecke richtig spaß finde ich ja was ist der trockener yes hat auf zu regnen jawohl ja tatsächlich kann man das so zeitweise einstellen oder strecken äh stellenweise wartet dann willkürlich du kannst einstellen dass es sich ändern soll du kannst nicht entscheiden in was es sich ändern soll ja 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 das hatte ich gerade befürchtet was ich auch spannend finde die mittelalten und die alten autos liegen ja beim li doch recht nah beisammen aber jetzt gerade hier beim kurven das sind nur 10 15 punkte komplett wo es lang geht das ist wirklich die power von den alten wahrscheinlich das sind nur 10 15 punkte unterschieden ja genau das meine ich ja das sind recht nah beisammen aber wo sie ihre punkte holen wobei man natürlich auch dazu sagen muss die sind natürlich für andere sachen konzipiert ne diese alten ja wir sind ja wirklich dafür konzipiert worden in dem moment rennen zu fahren der 2005er fort gt der war ja kein richtiger oder ja es war schon noch ein rennwagen aber der war nicht dafür ausgelegt rennen zu gewinnen der war eher so zum verkauf ausgelegt das ist ja der legendäre fort gt den jeremy clarkson sich damals gekauft hat und so viele probleme damit hatte der 2005er ja das will ich als zitat haben das war ein rennwagen aber da war nicht dazu ausgelegt rennen zu gewinnen ja ja ich weiß das ja er hatte den charakter des fort gt aber ja ach scheiße der charakter von fort gt ist sehr stürmisch oh ja 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 der war ja damals tatsächlich auch außer der 2005er sehr sehr von technischen problemen gejagt also äh das zitat das man euch damals noch aus top gear kennt der hat quasi mehr zeit auf der hebebühne verbracht als auf der straße aus dem bmw ne hat der bmw mit da rum gepusht naja was wollen sie für was bmw steht weil ich eine motorenwerke ne treten mich zur werkstatt haben sie alle so gegen bmw nicht nicht stark das märkte kommt die aus der werkstatt oder fährt in der berkstatt rüber dor스터 und im Abschlepper und so bei vielen da bremst du zu viel gebremst muss ich mein Ford Teamkollege Conor ja ich kämpfe mit dem Auto Romo weißt du was war deine Zeit mit dem 3.60? natürlich nicht nur Heckantrieb fährt sich auch nicht so gut als dies aber muss ich dir dann daraus suchen weiß ich nicht auswendig irgendwas gegen 4 Minuten oder? 5 Minuten 27 oder sowas ja cool ich hab jetzt eine 4,8,3 wie sich's mit der Zeit gewandelt hat die Reifen sind besser geworden das Fahrwerk vor allem ist echt brutal geworden also wie ich hier durch die Highlands heizen konnte das macht echt Spaß also das ist echt nur in den Fluss dürft ihr nicht so schnell reinfahren ja meiner Meinung nach ist er auch schon ein bisschen weg zu glaub Falk fühlt's ja ja nee die Spitzkehre kann man richtig schön in Drift nehmen ja fast wieder an Maxi ran aber ansonsten finde ich es echt alles in einem sehr krass was das Auto echt für eine Bandit durchgemacht hat krass wie wir heutzutage sind ja ja da hat der Maxi vielleicht nicht mehr stehe wie hast denn du das jetzt gesehen? ja die Rauschwarte ich bin hinter dir ja ich bin hinter dir sehr spannend dass sie jetzt genau da wieder nass wird wo es vorher aufgehört hat nass zu sein oh nein man fährt wirklich mehr oder weniger eine komplette Runde trocken und eine komplette nass ja und nass Nice das macht ich oooooh ja ist natürlich eine Challenge also wenn ihr als Zuschauer euch jetzt denkt puh kann doch gar nicht so schlimm sein wie die jetzt grad schimpfen teilweise ja nehmt euch doch sehr sehr gerne wenn ihr vorder habt auch das Auto mal raus und Stockkursieren komm 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 ich würde es doch gehen ich würde es doch gehen und ja Aktien über die Strecken Freigabe-Codes sind ja mitgeteilt macht auf jeden Fall Laune und ist ne kleine Challenge bei manchen Autos auf jeden Fall ich glaub es gibt keins das sich jetzt richtig einfach fällt nein nein ich schaff nicht mehr die 4 Minuten nein gerade wooo nein nicht schon wieder oh macht der Spass der Rallye kommt schnell an die Falk hoch was anderthalb Sekunden ahhhh so knapp so knapp dunk bei mir sich auf Millisekunden ausscann dass er noch ins Ziel kommt das war auch knapp aber was auch krass ist 024 schwimmen Racer als quasi der Partner ja auch zu meinem Duell ist 20 Sekunden vor mir ne ich schaff's nicht mehr nein 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 brutal nein es hat nur die Top-Gruppe geschafft ja ich war aber ne Sekunde maximal entfernt gut knapp sehr klar aber dann sind wir gleich alle gespannt wie es ausgeht und das haben wir dann gleich mit dem Blick auf die Tabelle ja und damit haben wir die letzte Veranstaltung hinter uns gebracht wir sehen hier einen Gesamtstand von 16 zu 8 also eine ziemlich krasse Führung für Ford letztendlich doch sie haben das ganze Ding geholt ja und ich würde sagen waren durchaus spannende Duelle dabei mir hat's wahnsinnig viel Spaß gemacht ich hoffe mein Mitfahren genauso dementsprechend steht jetzt nur noch eine einzige Sache an nämlich der Mühlensprung und ich würde sagen machen wir gar nicht mehr lange sondern direkt los Alpin achso Kollision ist ja an ja man ist es gar nicht mehr sorry Meter sorry Meter sorry Meter oh ist gut oh 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 ich habe jemanden noch hinter mir ich glaube Alpin und ich kleben schon vorne oh Alpin oh Alpin du hast mir den Zorn freigemacht oh Schnee ist weg und ich gebe ihn ja dafür fahren wir jetzt hier voll ins Aufbruch iiihihi huiii huiii ich komme quer Alpin ich fang nicht nein ich rutsch schnell mal weg nein du fängst mich nein okay man will ich fahren ihr mag jawoll Lorenz direkt bis zur Straße und Spadboy und Lettny jawoll ja damit bleibt mir nur noch zu sagen vielen vielen Dank fürs einschalten es war euch echt ein Fest heute und bis zum nächsten Mal checkt auf jeden Fall die anderen Sichten aus danke an alle die dabei waren wir sind raus tschüss Ciao und auf Wiedersehen tschüss dschüss